Hallo meine Lieben, ihr seht, ich bin ein bisschen erleuchtet heute. Am Samstag, den 14. Oktober und am Sonntag, den 15. Oktober, findet unser mittlerweile siebter virtueller Literaturcon statt. Und ich glaube, wir haben eine wirklich hochkarätige Besetzung von Schriftstellern, Künstlern und Musikern dabei. Was erwartet euch? Wer erwartet euch? In den Bühnen von Barlog Barbosa, die schon an sich einen Besuch wert sind, erwarten euch Jenny Wood, Melanie Vogeltanz, Achim Stößer, Janika Rehak, Aiki Mira, Sebastian Kreimeier, Mario Franke, Arno Entler, Robert Corvus, Frederik Bracke, Uli Bendig, Gabriele Behrendt, Jörg Fuchs Alameda, Axel Aldenhofen. Es gibt Live-Konzerte am Samstag von Yardlin, am Sonntag von Cyquens, elektronische Musik, wunderbar. Und natürlich eine Ausstellung von, gerade schon erwähnt, Mario Franke und Uli Bendig. Ich glaube, es wird großartig, ich glaube, es wird ganz toll. Lasst euch das nicht entgehen, ihr braucht kein Second Life. www.youtube.de, Schreckstrich brennende Buchstaben und ihr könnt alles mitverfolgen. Samstags und Sonntags, ja, ich denke, wir sind jeweils so ungefähr im Programm 3,5 Stunden bis 4 Stunden lang, da ist richtig was los. Wir freuen uns drauf, ich freue mich ganz besonders drauf, meiner Art meinen Geburtstag zu feiern dann. Und ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch, vielleicht sogar als Avatar, wäre auch schön, oder eben bei YouTube. Bis dann. Ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch,